Als sich das Tor zur Hölle öffnete, schien unser aller Schicksal besiegelt. Dämonen und unvorstellbare Schrecken fielen über die Menschheit her und veränderten das Antlitz unserer Welt für immer. Unsere Schauermärchen wurden bittere Realität. Wehrwölfe, Hexen und andere Albträume hausen nun in dunklen Wäldern. Vampire und Dämonenkulte lenken im Verborgenen das Leben der Menschen. Diejenigen, die hofften, dass uns der gemeinsame Feind einen würde, wurden bitter enttäuscht. Bis heute sind die Reiche der Menschen zerstritten und führen unerbittliche Kriege gegeneinander. Doch nun ist ein neuer Schlagmenschen herangewachsen. Eine Generation, der der Widerstand im Blut liegt. Sie sind es, die das Schwert in die Schlupfwinkel des Bösen tragen. Sie sind es, die kämpfen mit wirbelnden Degen, heiligem Eifer und dem Mut echter Helden gegen die finstere Bedrohung aus der Hölle. Diese mutigen Helden nennen wir Jäger. Bist du bereit, die Jagd aufzunehmen?